Und auch dort reisen dann eher ein bisschen, wer mit Glas, wer mit Pau macht. Hier sehen Sie die Trui-Bar, die gibt es auf allen drei Truischichten. Und das ist heute der Hauptzimmer-Warnpunkt, wo man sich so durchstrogen ist, die Shopping-Mont. Unten kann man schön sitzen. Hier ist dann auch ein Guiano-Spieler unterwegs. Und hier hat man eine schöne Bar, wo man hier alle schöne Cocktails auf der Schlauchstelle machen kann. Gibt es dann immer die Tages-Cocktails und man hat ja All-In-Versiv, kann ja alles benutzen. Und hier kann man dann auch schön sitzen.